Das scheiß Mg nachladen. Nur schnell das Mg nachladen. Ey, ich glaub wir nehmen jetzt schon 45 Minuten auf. Also halt gefühlte. Ich hab jetzt nicht richtig auf die Uhr geguckt. Der Meld ist von hinten. Ja. Du verdammter KSer. Die kommen von daher. Ich weiß. Na wat? Oh, jetzt nicht richtig auf die Karte geguckt. Komm von hinten. Sorry. Ja. So, ich... Ne, ich gewöhnt. So, ein paar Drohnen aufstocken. Und ne neue Predator... Nein, kein Luftschlag. Ja. Ja. Also, wolltest du mir ja vorhin noch sagen, was du zur Bescherung bekommen hast? Ach ja, äh... Ich hab ein Sitzsack bekommen. Sitzsack? Ein Farbdruck. Sitzsack oder Sitzsack? Sitzsack. Okay, ich hab zitzsack verstanden. Und... Ein Farbdrucker. Das ist gut. Ja. Ja. Vieles Kleinzeuge noch. Ähm... Drei Black Ops... Ich muss gucken, wie es ist. Ich muss gucken, wie es ist. Ich muss grad das Wochenende. Achtung. Und? Ja, 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 ja. Nene, also wenn grads Wochenende mal ist, würde ich es mir mal angucken. Hm. So, jetzt verpissen. Aufladen, dann rotz ich mit dem MG rauf. Ja. Jaja. Du mit deinem Wallhack. Meins ist unten. Noch eins ist unten. Alter, wir schaffen das von Sven und Rick. Die Highscore. Ja. Hab ihn. Hier, ich hab die Striker freigeschalten. Ja. Wenn du die gewollt hättest, hättest du auch mich fragen können. Ich hätte sie dir gekauft. Hm. Kostet 4000 aber. Ja, hab ich locker. Warte, was bin ich jetzt? Ich bin... Ja, fast Rang 44. Ich... Keine Ahnung. Also, ich bin bereit. Und wir haben es bis einiges Welle. 31 geschafft. Äh, 30. Jetzt kommt... 31. Wir haben Sven und Rick getoppt. Wir haben Sven und Rick getoppt. Ja, aber er ist nach der Runde. Scheiße. Scheiße. Tja. Oh. Ja, nicht zu früh, Freund. What's this? Wo kommt die überall, ey? Ich bin leere Schatten. Ich bin leere Schatten. Oh, du Scheiße. Ich hab eh selbst wohl mir leben. Oh Gott, ich geh ins Haus zurück. Nildeus, komm ins Haus. Ach, dann komm vom Haus auch hoch. Ich bin wirklich überall die Decken. Geh mal da weg Ja, so geht's doch Oder so Na, ich hab Pitmarker verteilt Äh, müsstest du mich mal kurz verteidigen Ich bin am Nachladen Ich muss auch nachladen So Kastriert Leck mich Jetzt bin ich übermütig Kurze Oh Ich kann schon mal los, dann holen wir Ich hab's wieder Belebung So, jetzt haben wir Sven und Trick getoppt Ja Nein Oh, ich dachte schon, ich hätte es aktiviert Weil jetzt klicken, da denkt man Obwohl der Verbündete es aktiviert Nein Okay, so Ich hab mir nochmal Panzerungen geholt 588 Dollar 3366 Ey Oh, sieht das nicht schön aus? Ey Ups Hast du selbst wieder Belebung? Ja Gut Der Penner hat mich nur erschrocken Und dann hab ich mich selbst mit dem Zivir in die Luft gejagt Ich hab auch selbst wieder Belebung Oh Gott, vor der Haustür steht ein paar Leute Scheiße Scheiße Oh shit Aber hey Aber hey, wir haben's geschafft Ähm Nocke, du hast eine bessere Prätsion gehabt Ja, ich hab 28 Volltreffer Puh, 47 Minuten haben wir aufgenommen Nicht schlecht Na gut Also dann war's das für diese Runde Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Call of Duty Modern Warfare 3 Überleben Mit Steven, Michi oder sonst jemandem, der grad Laune hat mit zum Aufnehmen Tschö Sagst du auch mal Tschüss? Tschüss Tschüss Tschüss